Das GGMT ist ein YouTube-Kacke-Battle-Turnier und geht jetzt in die zweite Staffel. Das heißt, ihr reicht YouTube-Kacke ein und kriegt dann einen Gegner, der ebenfalls eine YouTube-Kacke macht und ihr battelt dann gegeneinander und die bessere YouTube-Kacke gewinnt halt. Diesmal nehmen wir jeden an und wir haben ein Preisgeld von ganzen 500 Euro, das sich wie folgt aufteilt. 25 Euro für die Verlierer des Viertelfinales, 50 Euro für die Verlierer des Halbfinales, 100 Euro für den Verlierer des Finales und 200 Euro für den Sieger um Platz 1 des Turniers. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr im Turnier teilnehmt und eure Qualifikation einreicht, dann klickt auf den Link in der Beschreibung, da kommt ihr zum Infovideo und erfahrt auch nochmal alle Regeln, den Ablauf des Turniers nochmal ausführlicher erklärt. Ich pull ab in meine Pants, alter Aua, ich halte mich im Altschor, ja, la, la, me, im Pitch und ja, ich scheiß, denn ich will seh, das ist ganz 8, 7, 3, noch halt mich lieb.